In den Himmel gelobt und dann verstoßen. Sechs Männer auf der Suche nach denen, die ihre Träume zerstört und ihr Schicksal besiegelt haben. Wir waren heute klar vor Rory. Ich denke auch, dass wir hätten gewinnen können, aber wir waren heute einfach zu schlecht. Wir haben gejoked, wir haben schlecht gedraftet, deswegen haben wir verloren. Kein Team im Prime Super Cup hat eine Redemption Arc so verdient wie der BSC. Das stärkste Team der zweiten Division, Sieger des Spring Split, entthront. Und ausgerechnet vom Rentnertrupp NoNeedOrga. Und als wäre ein Verrat nicht genug, ist es auch noch NNO, die in einem geschichtsträchtigen Reverse-Sweep Herthas First-If-Träume zerstören. Die Lichter sind aus, aber der nächste, der liegt frei. NoNeedOrga schreibt Geschichte. Ihrem Traum beraubt, von ihren Freunden betrogen, sind die Berliner auf einer letzten Mission. Gegen SK Prime wurde die Second-Diff-Fahne bereits hochgehalten. Und auch die Epic-Dudes werden nicht lange auf sich warten lassen. Denn die Hertha hat nur noch ein Ziel. Die ultimative Rache an NNO im Prime Super Cup Finale. Der Schlepfen Der Schlepfen K, 5 Und an NNO im Prime Shepherd